ah ja hier ich mache erweiterte tasche erstmal weil das nervt mich sonst das nervt mich sonst ja jetzt kann ich hier runterscrollen cool man findet aber auch schon echt unnötige scheiße so ich kann hier sortieren mit sorttaste oder so immer das für ne taste ist ich hab keine ahnung ich habe eine englische tastur könnte zwar googeln aber ich habe keinen bock zu faul was bräuchte doch mal ich brauche hier rick ich brauche ganz viel stein wo haben wir denn hier noch renten auf zu den steinen so let's go bam alter es dauert halt ein tag und schon kommt so eine wave oder was das ding ist halt schon fast voll schon zur hälfte wie viel wo so eine wave ist wie viele viecher warum ist es ja dann die erste es werden doch bestimmt immer mehr kann ich mir zumindest vorstellen dass es immer mehr werden next was ist das doch das ist schon noch ein stein was sagen klang gerade erst wie so ein stück holz als hätte ich das daneben erst getroffen kann doch nicht sein also jetzt das andere teuf mensch komm komm schon jetzt schaffst du hau drauf geht doch haben wir noch mehr das haben wir einfach mal ach so ich habe hier gerade ding kupfer bekommen das haben wir einfach mal so viel wie ich kann meine ausdauer jetzt ja durch easy und die geht auch direkt wieder voll was haben wir hier irgendwas was das neue nichts bringt ahm ich hau drauf alles kaputt ich bin jetzt der störer ich glaube bisschen holz sollte auch mal her also das sieht man doch bestimmt auch hier die ganze zeit dass der baum wird immer hell und dunkel hier wenn ich zuschlage zum beispiel oder sieht man das im stream gar nicht liegt das an meinem monitor vielleicht ich glaube das liegt echt an meinem monitor muss ich da irgendwas einstellen sie sieht ja echt weg aus jep also siehst du es auch oder was wenn ich zuschlag dass da hier überall bei den bäumen dann auf einmal so heller wird auf meinem anderen bildschirm sehe ich das nicht deswegen bin ich gerade so verwirrt sehr seltsam ne sehe ich es nicht echt krass dann liegt das echt an meinem bildschirm aber was muss ich denn da machen ey komisch es sieht halt aus als würde auf einmal der schärfe grad um 100 prozent steigen so dass alles richtig hervorgehoben wird so richtig speziell super nervig ich dachte die ganze zeit das liegt am spiel level up noch mehr bäume ach du das ist gar kein baum kann ich sonst trotzdem kaputt dauern bam gleich mit spitzhacke ne ich glaube nicht ich glaube meine achse geht gleich kaputt aber gut zu wissen dass du das nicht siehst das muss ich mal im video dann abchecken ob das wirklich einfach am bildschirm liegt gib mir das holz achso hat er schon bam ups jetzt habe ich so einen Busch mit abgerissen ok ich behaupte mal ich habe erstmal ein bisschen genug von dem zeug ok das hört sich an als wären die tiere jetzt sauer auf mich und die greifen mich an ok ich suche einfach so als würde ich nichts hören ok ich brauche mehr breaks machen wir mal alles craft jetzt habe ich 18 das heißt davon habe ich erstmal genug so upgrade so dann brauche ich noch wooden planks und rope crafting rod bench wooden planks und zack kriege ich material crafting rope da zack reicht das jetzt oder was tatsächlich upgrade bam hui jetzt habe ich es auf maximum geupgradet ok interesting jetzt kann ich hier das ganze zeug machen eisen schmelzen und so ja nice alter was man alles braucht ey bist du bescheuert ok cool wupp hab ich nochmal so zeug ne ja krass gott ey der schädel der fängt da oben an zu bluten ey was zum fick geht es jetzt dann richtig ab oder was seit 21 stunden am leben sollte vielleicht mal gucken kann ich hier mauern hey ich brauche doch keinen hey kann ich hier ach doch hier ach ich bin so dumm wieso ist da ein x habe ich das nicht rope lumber wooden plank ah scheiße hier so viel will ich nicht machen lumber und rope so jetzt könnte ich es doch bauen oder lul ach es gibt auch noch ein ein oh lol es gibt ja auch noch den modus ja geil ego ich dachte die ganze zeit das ist nur so ein third person spiel aber krass das ist ja geil ja ist ja geil aber irgendwie bei mir habe ich das gefühl dass sich das irgendwie so schlechter spielt ich spiele mal lieber so weiter so mauer bauen na up rotate change higher lower build ok jetzt q das funktioniert ja richtig geil also das craften funktioniert richtig geil in dem spiel das muss man einfach so sagen und jetzt habe ich kein material mehr übrig oder was tatsächlich roten planks ja dann wieder ein bisschen holz sammeln bis die axt kaputt geht bam bam huch geh weg quatsch hoppala weg mit dir ja bam ui ich weiß nicht wieso das spiel begeistert mich mag das irgendwie man kann craften zombies töten nicht vom baum erschlagen werden es ist es ist irgendwie so einfach man versteht schnell i like ich bin manchmal echt doof also bei seven days to die zum beispiel das habe ich ganz am anfang als es rauskam in die early access habe ich es relativ schnell gecheckt habe ich sehr lange nicht mehr gespielt dann habe ich es wieder gespielt also wirklich jahre später und habe nichts mehr gecheckt das war mir dann einfach zu viel viel zu kompliziert aber die grafik hat sich über die jahre irgendwie auch nur ganz bisschen geändert habe ich das gefühl gehabt aber keine ahnung ich müsste ja immer wieder das spiel starten okay ich glaube nach 24 stunden geht echt die erste welle los weil der schädel ist gleich voll interesting bam ola so nah am ding woran erkenne ich dass es jetzt kaputt geht ja viel spaß mit der welle ich bin mal gespannt oh ich habe einen erfolg gekriegt ah tons of paper craft rubber rope was brauche ich da? clove crafting workbench ach davon ey die musik ey die macht mich echt die macht mich echt fertig rope ganz viel rope oh wooden planks brauche ich auch noch wooden planks maximum let's go oh lumber ach scheiße sheet noch mehr holz ey diese geräusche ey was leben da bitte für tiere die so geräusche machen level up aber was bringt mir das level up kann ich mir einfach was kaufen oder ist es nur zum spaß attack viewpoint dodge crouch achso das da oben habe ich die ganze Zeit gar nicht beachtet was da steht ist es auch geil wenn ich zu nah dran bin dass die halt da mit dem stil zu haut statt mit der spitze von der axt das ist halt auch nice ey ja runter mit dir baum ok langsam muss ich echt ein bisschen weit laufen für mein holz finde ich nicht cool ok so genau jetzt so craften wieder ein paar wände nochmal hier quatsch und da darf ich jetzt nicht bauen doch das passt schon ich frage mich wie viel ich noch bauen kann bevor es ausgeht das wäre cool wenn man das vorher weiß und nicht erst nachdem man irgendwie ein halbes jahr gebaut hat und man sich denkt so ja ein bisschen geht noch und dann geht es auf einmal nicht mehr anscheinend kann ich schon ein bisschen was bauen hier an wände der schädel ist halt echt gleich vor jetzt kann ich nichts mehr bauen scheißen dreck schon wieder fucking wooden plank naja aber zuerst habe ich ja schon mal so ein kleines ding gebaut ja geil ey so für den anfang hier müssen die drüber jumpen dann gibt es noch hier diesen offenen bereich so ne kacke steck mich einfach da oben und schießt die schön mit bogen ab oder so apropos bogen bestimmt ich kann ein paar arrows machen so so gott jetzt geht es einmal los ey ich bin schon ready mit meinem bogen ich bin mal gespannt wie das aussieht dann jetzt mal kopfschüsse ich weiß nicht ob ich jetzt nochmal rum rennen soll bisschen komm ich schaue noch ob ich noch ein bisschen holz bekomme bisschen holz noch aber vielleicht nicht mit der spitze gell komm komm ich höre die viecher auch irgendwie kaum ne der eine war auch auf einmal da 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 bin ich echt gut erschreckt der bisser ja was mich auch interessiert ist game saved oh noch eine stunde ja was mich dann auch interessiert ist ob die dann in meiner nähe spawnen beziehungsweise wo sie spawnen und so ich habe ja keine ahnung neben mir in meiner nähe ich glaube bei seven days to die war es mit den mit den mit den oh was rennt denn da ist das ein fuchs oder was äh da war es da waren es ja irgendwie die bienen oder so also ganz abgedreht muss jemand die bienen töten weil die bienen irgendwie irgendwas gemacht haben boah keiner weiß ich nicht mehr ich weiß nur es war noch irgendwas mit den bienen der kopf ist gleich voll irgendwie ja baum da kommt den nehme ich noch mit und dann weg ok passt mal zurück 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 schauen wir mal ob ich noch schnell was craften kann kurz bei wende zimmern so so eingesperrt passt noch hier ach jetzt habe ich schon wieder kein zeug nach komm scheiß drauf ja kommt her ihr fecker ich habe mollis nicht viele aber ich habe welche hier steckt noch der schädel ist halt die ganze zeit schon so ziemlich voll der da ist noch so kleine kleine penisspitze die noch nicht abgedeckt ist mit dieser roten farbe und es schwappt immer so hin und her ich weiß echt nicht ich glaube das geht halt echt los wenn es im spiel 24 stunden rum ist am ersten tag ich bin neugierig ich höre grad die musik so wo es jetzt los geht oder nicht wer ist das für schrott ich habe ich habe noch mal ich habe noch mal ich habe noch mal wie der kopf sich bewegt das ist wirklich immer weniger weiß am schädel an der schädeldecke wirklich fast gar nichts mehr immer schlechter zu sehen jetzt sehe ich irgendwie gefühlt gar nichts mehr weiß na na weil die kamera so leicht schräg ist sieht es immer aus als würde ich irgendwie so leicht zu schräg sitzen so so aber ich sitze ganz gerade na wann geht es los ich bin auch wieder weg noch irgendwas zum essen damit ich mein leben noch voll bekommen hier eine orange ja wie sonst noch was ist das ne ich weiß nicht ob ich zeug da weil das mich umbringt ey ja ich glaube hier uh das bringt sogar 10 uh 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 Apfel okay ich glaube ich bin voll oh Gott gleich geht es los der Zeiger ist gleich voll hat gleich einen vollen Ring kommt her jetzt gerade hier oben auf euch aber warte mal eigentlich ist das Ding kacke weil ich habe vorhin ja gesehen dass ich damit mein eigenes Zeug kaputt machen kann wie schnell man hier eine Wand hochgezimmert hat ich hätte das mal früher gemacht du 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 na ey komm da ist noch so ein oh jetzt jetzt das Wave startet first night okay ich höre es aber ich sehe sie nicht okay ich kann euch hören aber ich sehe euch nicht wie lange geht diese Wave Alter diese Geräusche der fuck diese Geräusche ich weiß nicht woher sie kommen ich sehe halt auch nichts die spawnen doch dann safe einfach irgendwo in der Gegend gleich egal ich bin hier oben oder könnte ich das auch alles aneinander nehmen dann bin ich blind ich sehe gar nichts oh da hinten kommt einer oh die kommen alle von da hinten oh ich habe ihn getroffen oh ich habe auch getroffen oh der erste ist down oh shit oh mein Gott wie viele oh kacke die machen einfach nur mein Zeug kaputt scheiße yo alter Leute bitte bitte entspannt euch entspannt euch doch hm uh das war ein Headshot sowieso oh mein Gott was war jetzt das uh das war wieder ein Headshot Leute entspannt euch doch mal okay ey ich muss mal kurz ah okay so ist besser uh oh shit ich wurde voll gekotzt ach du scheiße ja krass wenn ich dir den Kopfschluss gebe dann sind die halt wirklich instant tot oh kacke ich habe keine Falle mehr ja ich wurde schon wieder voll gekotzt Alter wie viel hält denn so eine Wand aus ey geht ja gar nicht kaputt ja ich krieg die auch nicht irgendwie was da los ja ich krieg die halt wirklich so auch kaum komm komm weg mit euch komm oh jetzt haben sie es geschafft die erste Wand ist weg ey das finde ich cool machen wir mein Zeug nicht kaputt Alter das sind richtig stark oder was oh Gott jetzt habe ich schon wieder keine Pfeile mehr wie lange aber einfach hier hoppala hat er mich gerade von da unten erwischt der einsame Killer da hinten Level up ich bin voll der Bogenspieler ey hey Bitch lass meine Wand in Ruhe quatsch und da ist noch einer hey Finger weg Finger weg so wie viele gibt es jetzt noch ach da ist schon mal da chillt noch jemand hey komm Alter wo kommen die denn noch her lass doch jetzt mal ich wechsle einen Laptop ich wechsle einen Laptop yo mach das Headshot oh wie viele kommen denn noch reicht es nicht leider so viel Loot da hinten kommt noch jemand Não ":com Laptop oder mehr Laptop hier steht nichts kann man nicht mehr Wechsle neaaaain die die das ist ja genau die 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 Nein, lass doch. Jetzt kommen wieder so viele, Alter. Das kann nicht sein. Und ihr lasst mal meine Weckwäsche in Ruhe. Alter. Jetzt hast du schon wieder keine Pfeile mehr. Scheiße. Oh, oh. Ich kann keine Pfeile mehr machen. Oh, oh. Oh, oh. Ja, dann ist jetzt wohl Zeit, oder? Jetzt gehe ich runter und steche ein bisschen zu. Weg mit euch. Lass mein Zeug in Ruhe. Alter, ich bin ja gar nicht so scheiße. Ich habe es auf normal, oder nicht? Weg. Hau ab. Alter, wie lange. Scheiße, meine Ausdauer ist komplett weg. Bin ich schon wieder so ein Ekliger? Da ist ja viel Loot. Bist du bescheuert? Kollege. Zeug in Ruhe. Alter, wie viel Zeug ich hier gerade einsammele? Er hat sogar schon so eine Megakiste, weil da so viel ist. Aber irgendwie ist das gar nicht so schwer, gegen die zu kämpfen. Ich habe nur irgendwie anfangs gedacht, dass es so schwierig ist. Man muss halt, man darf sich halt nur nicht treffen lassen. Alter, Kollege. Küsst dich jetzt. Ganz genau, hau ab. Alter, die wollen halt... Hallo. Wo gehst du hin, Alter? Ey, ich spiele halt nicht mal auf Fleisch, sondern auf normal. Leute, was macht denn der da oben? Level up. Ich bin halt einfach zu krass, Mann. Was ist jetzt mit dir da oben? Ja, bleib da mal. Ich sammle so lange den ganzen Loot ein. Ach, jetzt ist die Wave vorbei, oder was? Weil das Ding nicht mehr blutet. Bam. Kopfschuss. Take. Oh, da kommt noch einer. Oh, da kommen sogar noch ein paar mehr. Boah. Hä? Die Wave ist doch vorbei, verdammte Scheiße. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, wo kommen die noch mal alle her? Alter, was geht denn jetzt ab? Jetzt mal ohne Scheiß. Alter, wo kommen die jetzt auf einmal her? Alter, jetzt geht's ja noch mal richtig ab. Ey, what the fuck? Ey, ich muss runter. Ich muss kämpfen. Ich muss um mein Zeug kämpfen. Hör auf. Hör auf. Das Bein Zeug in Ruhe. Aua. Okay, jetzt machen die schon Aua, ey. Mein Gott. Ah, du großer Pisser. Boah. Wichser. Hau ab jetzt. Was ist denn du für einer eigentlich? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Viech? So, sind wir jetzt fertig, oder? Meine Fresse. Holalala. Okay, ich glaube, jetzt ist es wirklich vorbei. Ja, wieso? Wieso hört denn jetzt auf zu bluten, wenn einfach nochmal so eine fette Horde kommt? Uh. Aber gut. Welcome back. Ich habe anscheinend dieses Ding geschafft. Uiuiui. Was für Pisser, wie die hier einfach alles kaputt machen wollten. So. Oh, 5% plus Leben verloren. Oha, das... Okay, also da muss ich sagen, das ist echt gut, dass die Sachen hier nicht so krass schnell kaputt gehen. Boah, das hätte mich ja so abgefuckt. Bei den Wänden wäre es jetzt nicht so schlimm, aber allein, dass die... Alter, wie lange das Ding einfach überlebt hat. Man braucht nur einen Teil zum Reparieren, ey. Ja, heftig. Ja, heftig. Jetzt wird erstmal alles schön wieder repariert, Mensch. Hier drüben haben die anscheinend... Ja, doch, hier auch. Hm. Ich habe aber jetzt ganz viel Loot bekommen. Was ist denn das jetzt eigentlich für Loot? Wenn ich setze so die Beile wollen, die ich weggeschossen habe, dann bin ich pisst. Dann werde ich sauer. Und zwar richtig sauer. Okay. Wieder alles repariert. Perfekt. Dann machen wir wieder eine Wand. Und zwar wieder dahin. Ah, es waren schon nicht wenige. Also, es waren schon echt fucking viele Viecher. Komplett gestört. Okay, und was habe ich jetzt bekommen? Repair Kit. Repair Kit. Au. Ups. Ja, gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nichts bekommen. Von dem Zeug, was ich eingesammelt habe. Ich habe auch nicht geguckt, was da dabei war. Warte mal, oder war da so ein Paper-Ding dabei, damit ich mich hier hoch researchen kann. 100, oh, tatsächlich. 145 habe ich bekommen. Ja. Gut, das kann ich nicht machen. Was ist das? Completion Speed 30%. Damage to Trees. Ja, komm, das können wir mal machen. Boah, 50. Okay, das kann ich alles nicht machen. Damage to Aureas. Oh no, 100. Aureas. Zu Erzadern. Ja, war ich auch so. Da war ich nichts, was das. Trap. Trap. Minigun Amor. Äh, äh, Amo. Okay. Combat. Ich will mehr mit Combat machen. Da brauche ich auch immer so einen komischen Zettel. Außer hier. Attack Speed plus 2. Ja gut. Attack Speed plus 2. Was haben wir noch? Damage taken minus 2%. Regeneration. Movement Speed. Das braucht alles ganz schön viel. Damage to Animals plus 10. Jogger. Ja, ich mache noch Movement Speed, glaube ich. Quatsch. So, jetzt habe ich noch 30. Was konnte ich noch für 30 machen? 25. 20. Was war das? Attack Speed. Ja, komm, ist Attack Speed auch noch. Ja, cool. Let's go. Let's go. Bin ich heftig, ey. So. Tag 1 überlebt. Aber ich würde sagen, ich glaube, ich mache jetzt erstmal Feiern für heute. Das war jetzt doch ein bisschen mehr Action als gedacht jetzt. Ähm. Ja gut. Gut, dann speichere ich hier mal. Save. Äh. Äh. New. Ne, warte. Das. Äh. Save. So. Ja. Dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Ähm. Ich lege mir noch ein bisschen hin. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. No.